Ja, hallo Leute, hier wieder bei DOSO mit Let's Read Skyrim und wir haben da in der Medhalle noch einige Bücher, wir haben das jetzt gelesen, die Ruinen, geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs Band 3, das haben wir noch nicht, der Kuchen hatten wir, Band 2 haben wir schon, die dunkelste Dunkelheit haben wir, da gibt es nur eins davon, sind aber zwei Bücher, oder? Egal, Misch-Taktiken hatten wir schon, Dieb der Tugend, die wahre Barenzia Buch Nummer 4 und die, ja, Buch Nummer 4, das hatten wir noch nicht, ich werde jetzt einmal kurz Band 3 durchblättern, also geschichtlicher Überblick, das lese ich nicht vor, Okay, schön langsam, geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs Band 3, weil wir haben Band 1 und 2 schon, von Stronach, ja, geht scheu, der dritte kaiserliche Historiker, los geht's! Genau! . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020